Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Rainbow Six Siege. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Die Geisel wurde lokalisiert. Feind in Sicht, Erdgeschoss. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden. Die Geisel in Sicht. Geisel in Sicht. Ohlala. 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 Sind zum Ruhm. Geisel wurde getötet. Oh. Oh, Luke. Und, was kommt da da? Uh, hat er sie jetzt genau in der Wette? Ja, die ist da auch. Wow! Die Drohne hat die Geisel lokalisiert, auf Angriff vorbereiten. Ich lade ein neues Magazin! Gut. 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 Oh, oh, oh. Äh, hallo! Shit! Mission gescheitert, eigener Druck neutralisiert. Ich weiß, wieso muss genau das Schild liegen? Wieso kann er nicht vor das Schild? Ja, das passt ja nur ein Person hinter das Schild. Oh, das ist besser, wenn man einmal an die Loch genommen hat. Das ist beautiful. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Jupp. Gut. Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert. Dann gehen wir zur Karabe. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Noch fünf Sekunden. . Ja, das langer nicht mehr. . . . Ach, dann laufen sie immer vorne durch. Ach, dann laufen sie wieder. 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 was ab 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 ein 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 das ist das das ist das ist so die die es bleiben das bleibt ja probiert ja heute gibt es leider keine 15 mehr aber heute leider nicht mehr morgen auch nicht mehr es kommt erst wieder ab mittwoch alle 15 also nur dass ihr es wisst sorry so wie das 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 nicht Gut. Was hat er für eine Waffe? Da kann man, glaube ich, auch noch ... Die, das ist ... Ja, die. Ja. Störsender wird aktiviert. Störsender wird aktiviert! Valkade steht! Schlender! Achtung! Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Bombe A. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend Plan. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Äh, lol. Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Gut, meine lieben Freunde. In diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lass den Daumen nach oben da. Hab gefressen. Wir haben ... Schreiben jetzt einen Kommentar. Bis bald. Tschüss.